Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Symfety. Mit dabei ist wieder Niko. Minecraft Modline bist du wahrscheinlich. Was? Gar nicht. Hi. Und ja, es fällt gerade an, dass ich eigentlich in der letzten Folge gesagt habe, dass ich es nicht mehr erwähne, dass du dabei wirst. Tja, naja. Ist passiert. Und da sehr sehr lange her, als wir hier zuletzt gespielt haben, habe ich gerade keine andere, was machen muss. Was ich auch so habe. Oh, das war sehr intelligent, eine Feuerwehr, ein Krankenhaus und auch ein Polizeirevier aufzustellen, sodass ich jetzt Minus mache. Das gibt es noch nicht. Ja, das stimmt. Ich kann doch schon mal statt weiterlaufen lassen. So eine Feuerwehr habe ich. Okay. Gut. Ja. 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 Und da hat man hier Öl und so. Öl aufgebaut hatte. Deswegen sind auch so viele hier ein Kranken. Ja. Die sind alle voll Orange und Rot. Und die Gebäude da. Die Mädelschirme auch gleich, naja. Stimmt, ich wollte jetzt einen zweiten Krankenwagen bauen. Also eine weitere Klinik, direkt da beim verschmutztem Gelände. Weil die schafft das nicht. Ist ja kein Wunder, es ist nicht andere Seite der Stadt. So, und das bauen wir dann. Guck mal, die sieht scheiße aus. Oh, das ist sogar perfekt. Aber die kann ich nicht ausbauen. Ach, was warst du eigentlich so schön, Nico? Ich höre eigentlich nur darauf, dass ich jetzt mal ein bisschen Geld bekomme. Dass ich mal in der Veranstaltung jetzt so langsamer läuft. Irgendwie sieht es nicht so gut. Stimmt, durch das Profistadium hast du das mal ja Minus gemacht, ne? Ja, 126.000. Ja, ist gut. Ich glaube, ich hatte da nebenbei auch noch das Messegelände laufen. Nur irgendwie will niemand zur Veranstaltung beim Messegelände. Das gibt es doch nicht. Tja, das ist doof. Ich habe es gerade dringend nötig. Hm. Also musst du doch mal warten. Bis dann wieder mehr Leute Bock drauf haben, ne? Ja. Hab ich eigentlich alles komplett ausgebaut hier? Ja, geil. Hab ich gerade einfach mal ein neues Krankenhaus gebaut, komplett ausgebaut, alles. Was? Beteilig. 4.000 minus? Für die... Wegen der Polizei? Also... 4.000 zahl ich für die Polizei? Hä? Ja, das ist ähm... Meiner anderen Stadt, dem dran ist, glaube ich... Ein paar Tausend mehr. Hoffentlich mal. Äh... Ich glaube, ich möchte die große große Zeit. Ist so hoch. Wahrscheinlich war ich von der anderen Stadt der Abkauf. Ah, verdammt. Ja, das ist doof. Das gibt's doch nicht. Ich hänge bei 1000 plus. Und äh... Meine Veranstaltung, da geht niemand hin. Das war so... Bei 220.000. Hm. So, sieht doch ganz schön hier aus. Bei mir jetzt gerade. Und ich sehe, ich muss Pax bauen. Pax brauche ich ja sowieso, damit alles schön zukunftsmäßig wird. Da baue ich jetzt eigentlich nur... Eigentlich kann ich nur diesen... Äh... Action... Norma... Ding da bauen. Von dieser Zukunft. Und den gibt's auch noch, okay. Sportzentrum. In der Natur gibt's nix. Danke für Scheiß. Doch, den gibt's auch einen. Okay, aber... Oh, jetzt... Turm. Hm? Oh, jetzt ein Vigaturm. Du? Das wäre geil, aber... Ich glaube... Nee. Ja. Was ist denn in der anderen Stadt schon an? Ähm... Kann sein. Wird doch bestimmt. Das ist nicht problematisch. Was baue ich denn so an Pax hin? Ich denke mal, Innenstadt sind diese Hochwertigen am besten für Preisstufe 3. Oder? Weil das ist ja Preisstufe 1, Alter. Eigentlich kann ich auch hier... Ah! Komplizierte Scheiße. Ich baue einfach ein bisschen Random um. Randoom. Genau da... Genau da, wo Radioaktiv ist. Da kann ich doch ein Parkcamp bauen, oder? Oder geht da einfach kaputt? Ja. 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 Das ist ein... Am größten... Alter. Das ist ein riesig. Jetzt weiß ich auch, warum keiner zur Veranstaltung geht. Das fängt erst um 20 Uhr an. Ist das gut. Da muss man sich nicht wundern. Zu niedrige Grundstückspreise für die Leute. Okay. Boah, das ist echt schwierig hier Park reinzuhauen, ohne groß was kaputt zu machen an den Gebäuden. Weiß noch, wie die sich da aufbauen. Mhm. Ist echt schwierig. Vor allem auf die Ecke so ein Ding zu bauen. Stadt Zukunft, Verses in 200 Gebäuden, Läden und Fabriken in der Stadt in die Zukunft. Ja, geil. Es wird. Future is coming. Die Prima meisten sind auch immer die großen, die ganz... Obwohl ich habe ja, das wird alles Preisstufe 3, ne? Mal irgendwann mal so. Können 2. Das heißt, die tun sich ja auf... Die tun sich ja abquälen. Alter, sieht ja cool aus. Der Park. Äh, was war mal? Das ist die Pünchertasse. Schaut, das war's. Mal schauen. Ah, das wird jetzt zu langweilig. Ich geh mal rüber nach Los Angeles. Okay. Ja. Das ist übertrieben. Nein, ich möchte nicht bauen. Ich möchte einfach nur grad in die Kamera drehen, bitte. So. Oben, bitte. So, hier kann man ja... Okay, aber alles. Wie viel Park geht man eigentlich her? Ähm. Alter, dieser scheiß Park, der kostet so viel. Wie viel? 4.800 und 480 in Stunde. Okay. Und Energie kostet ja auch einmal wahrscheinlich. Alter, was geht ab? Ach, die geht in die Zukunft jetzt über. Sehr cool. Mh. Mmmh. Mh. Mh. Ähm. Mh. Das Sport kann man auch noch mal oben rein hauen. Drüben vielleicht sogar. Man könnte es hier... Vor allem hier, da war ich richtig richtig bestecken. Mh. Wohin. ja hier zu schreiben auf welchem grund ist das so kompliziert was macht man eigentlich dagegen dass die grundspielspreise und die triss sind dass die höher werden das noch wenige einwohner so weit oder ja parks sind bei mir alle hoch aufgestiegen parks und auch noch nicht billig ich betracht wahrscheinlich voll egal ich hab ja habe ich schon gelernt dass man mit parken diese übertreiben sollte ach jo aber zehn oder zehn mehr da ich konnte man richtig übertreiben habe ich manchmal minus gemacht habe ich habe keine ahnung was man packt hier an man sollte einigermaßen gut aufgeteilt ist ja um die ecken hoch auf den parken oder ja da hinten ist das handelsdepot die möchten nicht nehmen im handelsdepot wohnen noch schade naja kann man sich ändern bämm naja ok das hat irgendwie geist gebracht scheiße obwohl die sind alle in der zukunft hier fehlen noch ganz viele parks aber machen wir so ein sportding hin was kommt denn hier so hin jetzt schon dass ich so getreiben werde ich bin dann nicht nur hoch oder einfach kein platz haben hier muss noch hier muss dringend groß sein hier wird ein großer pass aber auch wegen der schien oder rad kann ich ihn abwarten natürlich nicht die stand voll ich bin auch mal in der naturkatastrophe machen mal wieder bestimmt sinnvoll gerade mal in der neuen stadt hier ja auf jeden hier haben wir ein großes und noch mal ein großes ich möchte hier noch mal sport haben auch eigentlich auch genug hier ist ein normales hier sport da ist sport da auch noch mal da auch noch mal hier ist auch sport ich habe schon hier eingebaut ne umkommt normale wie bei mir ein stück straße das weiß ich wahrscheinlich weil ja die baubeater am push gemacht wollten die die einfach nicht zu ende gebaut bauen ne die haben mittagspause gemacht und haben es noch vergessen das haben wir fehlen nein die können sich nicht upgraden die straßen ist klar oh das hat sich gut an na gut dann halt kein straßen upgrade also warum bringt das nicht man ich kann doch nicht noch mehr hier reinhauen wie sieht hier ist ein roi wird unbedingt hoch auf haben wir in den zwei stellen und hier drum auch das bringt schon was aber wenn ich da ach warum ich hier schon wieder eine karte zu ende ich will da noch was zu bauen irgendwo sieht scheiße aus dringend ist hier noch vor allem voll scheiße aus dass manche strafen nicht in zukunft sind was glaube ich das ist echt kritisch im rome park an der park ist teuer und hast ach ach die haben schon eine grundschule haben die auch dann wollen die noch mehr klassenzimmer ist klar ich glaube hier oben muss noch so etwas großes haben nur damit das scheiße oder wenn der eins weniger ist sieht das nicht scheiße aus das ist ein zimmer voll müssen sie mit leben und auch mal einer hin ich habe mir aber skype nicht die benachrichtigung ausgeschaltet muss die auch nicht obwohl es die ganz anders hat und trotzdem schlau ich habe sie mit meinem handy ausgeschaltet ja wie ist etwas ja ich hoffe die musik ist gerade nicht so leute weil ich nicht gerade drauf kommen ich beschleunige erstmal wie nur ein megaturm habe ich bei new york was nur ein ja da muss aber noch ein bisschen was hin kann doch nicht sein ich erinnere mich ach stimmt die brauchen ja schulen haben die ja ungemeckert gehabt bei mir woran liegt es jetzt bei mir hä so gut ja ja keine lieben oder warte mal leute mal leute ich muss gerade mal die musik unterstellen ist ja viel zu laut grad was geht denn da ab ey ich denke dass man dich nicht mehr hört ist zwar nicht wichtig aber trotzdem so die meckern gerade alle dass die keinen unterricht haben die brauchen unterricht die leute die meckern gerade total es geht alles nur gerade in den Bergbrot aber die unterricht brauchen komisch reicht dann eine grundschule ich kann ja keine schule bauen ich wollte in den nachbarstadt wie soll man ja nicht rumholen ganz ehrlich was die pinnigen leute alter ich aber auch nicht rumholen wenn es keine schule gäbe ne ich auch nicht aber auch ich verstehe gar nicht ich soll das ach ach genau wenn jetzt noch jemand rummeckert wegen zu wenig parks dann darf der gerne meine stadt verlassen das ist aber bei mir sehen ey park nicht durch den aber oh straßen soll ich auch noch bauen ach du scheiße ja gut ich hab's geld ja aber trotzdem ach ich mal wieder fast 5000 plus ihr macht nur noch 3000 irgendwas gemacht durch die 50.000 park so ist das klug doch dumm glaub ich glaub ich das geht angeblich dann brauchen wir noch ähm hier strafenbahn und so strafenbahn ach du scheiße ist das riesig diese scheiß begrenzung von der map schon wieder der nervt mich grad fehlt so nur ein mini stück hier unten da hin zu lassen was soll ich denn hier machen ich kann einen wick hin bauen wie in dieser scheiß schiene weil sowas geht mhm ich kann zwar setzen aber da kann ich keine weitere züge bauen das ist doch doof hier geht gar nicht weil hier kommt später mal ein anderes zeug hin wird uns hier oben irgendwo hier vielleicht oh oh hat man das gehört nein gar nicht gut scheiße ich wollte es gleich in die Folge enden aber trotzdem gerade ungünstig scheiße muss das sein ey ich wollte es vernünftig aufnehmen so na gut ich glaube ich ähm ja ich werde doch gerade kacken machen oder die folge mal rückbeendern die frage wollen wir wurscht draußen nein ja naja strafenbahnepu haben wir sehr schön ach die brauchen wir auch noch Bus haltestellen ne strafenbahn haltestellen was sagst du ich soll noch einen megaturm bauen oder die kosten auch Geld ok also ich also ich mach noch 2000 plus jetzt weil das ist teuer ne nicht gut ne aber ich sollte einfach von meinen 4 Millionen noch für die megaturm ausgehen oder was ich noch hab oh man alles gut strafenbahn was sagst du ich soll noch einen megaturm bauen äh ne einen elite turm so rum ja ja megaturm ist ja langweilig ja 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 genau da war das problem mit dem platz stinkens da war ja was ach gelungen ich hab auch keine ahnung ob das so klug ist was ich jetzt hier mache ich probiere was ist da los ich brauchst dringend noch eine weitere strafenbahn depot ach kommst du ein problem ja ist klar abfahrt abfahrt aber mir keine ahnung ich sollte einiges produzieren eigentlich mal schauen so so mach ich das jetzt mach ich das nur aber mehr tun so muss halt schnell hinzustellen ist nicht so einfach ähm zu kalt mhm mhm boah egal oh gott weiteres ding was das klären lager ja eigentlich kannst du irgendwo hinstellen scheiße ja nr 2 so dann hier unten noch da brauchen wir auf jeden fall eine hier irgendwie da ich war sein da finde ich relativ unnötig aber ich mach es trotzdem einfach mal einfach nur mal weil es geht so ach null ich weiß gar nicht wie viel ich das mal übertreiben soll mit den strafenbahnen also vielleicht sogar schon reichen wird das hier oben aufgemachen nachgekoni da 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 ich glaube ich habe gerade schon viel schafften strafenbahn sollte aber um die 50 stück sein also natürlich nicht aber ich muss auf jeden Fall das schon was wir probieren und jetzt einstiegsdinge strafen ja strafen mal eine Punkt und was gibt es hier nicht wenn er nicht in der Steinzeit und ich muss doch kurz ruhig sein damit ich rausschmeißen kann was ich das denn nicht hier ich übertrage vollkommen mit dem Haltestellen da sind es 100 stück ungefähr jeder jeder ein kreuz um eine nicht euch dahin bauen so Leute falls man das auch auf dem Hintergrund hört okay hier brauche ich jetzt schon mal nehmt oder ach weil ich kann Alter ich habe so viel wie viele Haltestellen das einfach nur sind das ist doch vollkommen übertrieben ja ich tue meistens an jeder kreuz und Haltestelle machen ja was soll ich aber ich habe halt so viele kreuzungen ne ich ja auch da ist halt das Problem hey wieso schlürzt jetzt schlürzt es raus ein sehr schön halt die straffen also wenn hohle Probe fordert sollen da kommt die Plätssituation ich habe noch ein Elite-Turm jetzt gebaut was der Turm so ist das halt ähm es ist übertrieben egal es läuft durchschnittliche Wartezeit 21 Minuten alter wieviel stau in meiner Stadt das ist ja jetzt ich kann die strafe sind hoch voll das war wahrscheinlich als Bauwagen oder die Gruppe zum größten Teil naja nicht ganz vielleicht noch Häuser bauen wollen wir haben noch ein bisschen Platz ähm Platz ich bin ja schon dazu gebaut die auf den Bauplätze jetzt richtig verbrannt aktiv mache alle Feuer weil die nicht gebildet sind hab ja nur eine voll ausgebote Feuerwehr für knapp 200.000 Einwohner ich mache minus ich mache minus die Stunde nein mit 344 nicht gut okay das sind wahrscheinlich ähm 5200 die Stunde minus wegen Transportmittel das liegt wohl auf Strafenbeine Po und den Hals stellen oh nein und mein Megaturm fährt mir richtig schön minus gerade also was heißt richtig schön aber fährt mir grad ein bisschen minus ein also das ist doch schön dass ein minus macht ich hoffe das geht jetzt mal ein so kurz Apartmentmarkt Apartment okay die Obra ist gar nicht zufrieden oh die war voll minus Scheiße Megatürme sind so riskant oh ja ist der Hammer Apartment was mach ich denn da noch rein? ich gucke es gerade mal also hier kommt er auf jeden Fall ist ja über den Markt schon drin oder? Apartment hä? hä? ne ist nichts wäre er am Markt getan das stimmt ich bin grad voll überfordert mit der gesamten Situation hier aber da sind zwei Sachen drauf bei allen kommt ja ein Apartment hin oder? Scheiße okay ich brauche erst die vorlasten aus ich sieht mal gut wo schon ist und wo nicht in Zukunft was kann man gegen Omega machen? warum gegen? also da steht Omega am Anmarsch eine Omega gratis lief aus einer benachbarten Stadt ist eingetroffen Entschuldigung ich bin es ach da ja natürlich gegenüber hast du ein ein eine Metropole von Omega die ich aufgebaut habe die verkaufen ist ja auch in deiner Stadt ne? kann es nichts gegen machen sehr schön warum? machst du irgendwelche Nachteile an? ja das wurde mir grad richtig schön rot angezeigt das ist halt mehr Verschmutzung und mehr kranker und so ach so okay na dann so ich guck grad mal jetzt hier rein und dann tue ich die Folge überenden mit den Einnahmen hier aus so wir haben hier noch Wirbis Bildungsetage oh yes oh yes das kommt da auf jeden Fall rein und nicht in die hier ich hab keine Ahnung wie ich das machen wollte das ist echt lange her jetzt hier Low-Touch-Mittel-Tech Low-Touch-Berro kommt immer ganz oben drauf also Apartment-Markt-Parten ich will auch schon nach frei wie war das nochmal gewesen du hast es noch nie kommt? äh nö 3 von 8 hat noch 5 Stück 5 Stück das heißt Apartment zweimal Apartment mag ich sagen dann kann da noch eine Büro-Otage Park muss auch noch rein und da findet ihr noch eine Bildungsetage oder ein Bromika-Turm hm bei Bildung alter nukleare aktuelle Etage reiz doch gleich alter ok das ist richtig erstmal komm ich nochmal in ein Apartment rein durch den voll ausgebauten Megaturm krieg ich am Tag ungefähr 80.000 plus und äh das wären in der Stunde 13.000 in der Stunde wohlgemerkt das ist geil das ist das ist mega nice so ich mach anders ich mach zwei davon eine davon eine davon immer oder ich bin grad voll überfordert wie ich so mache ich mach eine Apartmentage drauf Baubeginn go mach ich jetzt hier genauso so so alle Pappe in der Tasche Baubeginn und dann würde ich sagen erstmal Dankeschön fürs Zusehen Tschüss und bis zum nächsten Mal Ciao